Herr Schmidt, Geschäftsführer eines mittelständigen Unternehmens, wünscht sich mehr Mitarbeiter mit Familien. Er schätzt deren langfristige Zuverlässigkeit und innere Einstellung. Deshalb möchte er seinen Mitarbeitern künftig mehr Familienfreundlichkeit bieten. Leider weiß Herr Schmidt nicht so recht, wie er dies in seinem Unternehmen und seinen begrenzten Mitteln machen soll. Auf der Plattform familie- und beruf.online findet er aber viele Informationen und Anregungen speziell für Arbeitgeber. So erhält er Informationen, wie er Mitarbeiter mit Familien finanziell unterstützen kann und zu alternativen Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Arbeit und sogar Kinderbetreuung. Dank der vielen Informationen konnte Herr Schmidt vieles davon umsetzen und sein Unternehmen ist nun in der Plattform als besonders familienfreundlich aufgelistet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.